ah die Schussler Guck mal, ich kann mir kaum so klar na 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 ich muss hier nur stehen bleiben muss irgendwie die Corruption zurückkriegen mh, deswegen ja, meine Katze geht erstmal fett in Lava ich will wissen, was in diesen Scheißkisten drin ist, ey ich will will doch nur wissen oh, ich dachte schon na 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 ich will nicht mal voll nach links laufen, kommt mal nischt ah eh so schwer kann das nicht sein hm, hm, hm hab gerade T gedrückt um zu schreiben da hab ich nicht nen Stinger gedroppt ah haha wo oh tadaaa das hab ich gefunden in einem Goodieback haha soll ich increaseen? äh, warte darf ich erstmal regenerieren? ja ja scheiß ob regenerieren sagst du? haha haha oh sieben Minuten oh oh mein Gott ein Schaden hm wow das hat voll increased das war vorhin die ganze Zeit auch so haha ah na ja, ne, eigentlich nicht das musst du machen hm, hm, hm das hat mir gehabt wieder Hammer weil, ich krieg zu viel auf die Fresse mit dem Scheiß mit dem anderen also brauchen wir denn nur noch äh, Dingensen nur noch Pilze eigentlich und vielleicht ein bisschen Chlorophyll ah das ist hier so ein geiles Ding fast ah zeig ah oh, oh, ich hab fast gedippt da, das da ah, ah ah das war dumm cheaters, cheaters haha das hat nichts gedroppt ah, hier hat das hier so ein Magma-Ding oh, noch ein Magma-Stone hä, was ist denn das? ist noch einer ja komm mal wieder weiter nach rechts Alter, komm ich nicht hin ah, ich hab den nur gesehen, deswegen wollte ich einen Schnitt töten lass mal hier zubauen nein, hab nicht zum zubauen nur zu ah, nee, ist das eigentlich hier doch, ja da da, wacke hm hä ah oh, der konnte ehren schon weit schießen, wa äh, ja haha der soll springen übelst weit oh, ja hm hm ich bin nämlich schon mit meinem Hammer schon vertraut hm hm ich mag das Ding aber der, äh, die Muni ist billig hm ja, und so scheiße ist er eigentlich auch nicht ah, der ist eigentlich ganz geil hm 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 es passiert einfach hm hm hat eins zu wieviel? 4000 ja, also fast wie'n shiny Pokemon hm hm ah ok das dauert ganz schön lange ja komm schau nein Ich hab noch Hoffnung, das Ding zu finden. Hä, was denn das? Oh, was denn das? Was denn? Oh, Immunität gegen Schwäche. Das sieht übelst komisch aus. Das Ding hatte ich auch schon mal. Ja, ja. Das ist Tag. Ah, ne Wurde-Doll. Ach, das meinst du denn? Ich möchte mal rein, ich möchte hier rein. Hab ich die? Ja. Äh, geh weg. Oh, Wanda macht. Das Ding nervt. Das schießt aber geil. Nicht das Ding. Das ist schlimmer als die Wand. Die Wand ist übelst einfach. Die Wand war nie schwer. Sagen wir es mal so. Das war schneller, als wir es jemals geschafft haben. Das stimmt. Weil mir leckt das immer dann kurz. Oh, ich hab alles bekommen. Äh. Irgendein Emblem? Nö, leider nicht. Ja, nur weiter suchen. Wir brauchen jetzt noch zwei Emblems. Emblems. Welches Emblem würdest du tun haben? Würdest du das mal Klettern haben, oder? Das wäre natürlich optimal. Müsst du ja nämlich noch fünf Emblems finden. Oh, was hast du? Der müsste ein sind. Das ist, glaub ich, das war... Die Ranger? Ja, Ranger-Ding, glaub ich. Die Ranger, ja. E-Shore. Wie viel brauchen wir von dem... Achso, ich wollte schon sagen. Ich guck schnell, wegen dem E-Shore-Ding an. Ich darf nur welche bei. Nur drei Minuten, drop den ganz hier. Ja, du bist doch noch da. Ey, ich war fast so Mama-Young, da hab ich's noch nicht mal aktiviert. Ja, alles klar. Ich glaub, die sind alle hier verbuggt, ja, sag ich, ja. Darum spawnen die nicht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die sind alle verbuggt. Die sind alle verbuggt. und dann könnte ich die Art der Schacht eine Erschung Prozent oder so bei den Größten erstellen Köln Prozent Möbel dagegen kann man Black Deimer so helfen in Zukunft zu stehen haben wir sehen des lichts üben einen es aber wenn du da unten kommt kann man das schnell machen mit dem licht noch alle mussten da unten kommt ja dann komme ich schnell ich habe ihn noch in christ und da unten musste einfach nur stehen wir sind warte warte ich will den haben da musst du mal kurz runter ballern was das meint es ist das eine feuerfeder ich glaube links du brauchst du es lange was soll so schnell sehen des lichts sagst du ich mach die nicht warum ich wollte nur wegen dir allerdings ich brauch die nicht mach mal bitte solange mach ich schnell wird kannst du gucken wie man irgendwie bettel potions macht oder so die waren glaube ich nicht mehr im geld oder meintlich okay das muss ich kurz noch unten hier was geben das war auch ich habe es ist zwei so welche dinger ich bin da das kann ja nicht aber Eins davon ist tot. Ja, der andere auch. Hier. Heißt du schon? Feuerflügel. Wow. Du wolltest welche mehr defekt haben. Ja, aber noch nicht so unbedingt. Mach mal. Sieht ja geil aus. Ja, die behalte ich jetzt. Ach so, komm nach links. Okay. Weil die hatten nämlich dieser Starke gedroppt. Diese Feuerfeder. Aber da... Die haben eine 3-Frames-Animation. Hast du gehört? Was? Die haben eine 3-Frames-Animation. Ah, hier sind wir. Hier würde ich dann Wettepotien nehmen. Ah. Scherben. Soll ich jetzt aktivieren? Warte. Ich sterbe. Das ist nochmal gemacht. Von zwei hier soll ich es liegen. Ah. Fuck. Oh. Oh. Ich kann nicht hier sehen, dass ich kein Leben habe. Ah. Ich kann nicht sehen, falls da noch was liegt. Was? Sehen des Lichts. Soll ich jetzt holen? Das ist noch nicht mehr aktiviert. Sehen des Lichts. Ah. Kristallschirm soll mich auch noch. Äh. Ich muss mich fast... Mach mal. Fast noch umgeportiert, der liegt mich. Äh. B drücken. Einfach B drücken, was? Oh. Oh. Eine normale. Ich sterbe, was? Und deine Guidepuppe. Drei Fliedermäuse. Ja, anscheinend. Oh. Ich sterbe auch. Ich kann mich nicht heilen. Nicht so tragisch wie ich. Ich gerade auch nicht. Ah. Schleim. Hier ist noch so ein normaler. Der auch seinen Zauber nicht fallen lässt. Oh hell, Bad Banner. Du musst doch meiner Nähe bleiben. Äh. Hier ist so ein Guide-Typ. Mit so einer Guide-Puppe dran. Hier ist wieder so ein geiler Zaubermann. Äh. Äh. Die können unterbrechen mit dem Zauber, wa? Ah. Hier ist auch ein Guide-Puppen-Mann. Oh! Oh! Is'n geiler? Ah! Sie droppt. Lass mal die Wand machen. Oh! Let's farming! Naja... Ihr bleibt jetzt so lange in der Hölle, bis wir so'n Maud finden, ja? Ah! Ich bin fast voll! Und... Oh! 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 Wir bleiben jetzt so lange hier unten, bis wir so'n Maud finden. Ne, ne, ich komm wieder nach unten. Das war mir jetzt zu Tragesprache. Oh, warum haben wir das nicht gleich so gemacht? Was? Einfach Porten, runter. Also nach Hause Porten, dann runter. Und noch ne Geldpuppe. Ah! Kann man jetzt machen, wa? Dann bleiben wir jetzt so lange unten, bis wir so'n Maud finden. Dann, äh... Machen wir das so. Das war... Eine öffnen. Und gucken, was drin ist. Und wenn das scheiße ist, dann machen wir die anderen nicht auf. Ja, okay. Ja, die Wand wird er kennen. Äh... Oder noch fünf Minuten warten. Hm. Ja. Wegen den Gegnern noch. Also, ne, geht doch. Ich hab' keine Leben. Das vier auch nicht. Das vier macht hier einen Schaden. Ja. Trotzdem. Ah, scheiße. Ah, ah. Ah, ich will nicht mal alles kriegen. Ne, sei weh. Müssen wir nur schnell warten. Äh... Ja, ich schieße immer ein bisschen damit. Äh, was hast du denn da gefunden? Äh... Ah, noch eine Geldpuppe. Jetzt kommen sie alle. Ja. Unten kommt sie ein Wurm. Wo denn? Muss man da irgendwie auch ein Holi oder so sein? Oder ein Darkness? Oder ist einfach nur eine Scheißchance? Keine Ahnung. Oh, da liegt ein Fork? Hast du ihn fallen lassen? Ja. Warte, da oben eine Kiste. Warte. Arschloch! Aufhören! Ahhhh! Jetzt bin ich wieder mutig. Auf und zu! Ahhhh, das war... Das war angest. Die Bettepushen sind dann ganz geil. Ja. Hast du ihn gehört, ob jemand neustaus? Nee. Nee, noch nicht. Ah! Candy. Ahhhh, Candy schon! Oh, noch mehr Candy, Dinger. Mama Mama Mama. Mama Mama Mama. Mama Mama Mama. Mama Mama Mama. Oh. Ja. Seele ist nachts. Oh, der ist nachts. Wir sollten weiter... Noch ein Goodie Bag. Ah. Er kriegt die Überselten. Look! Ich bin deine Mutter. Ich hab was verloren. Kannst du mal aufheben? Nee, ich kipp doch nicht schon dir auf. Ich hab noch ein Prinzessinnen-Outfit davon. Ein Port sieht doch schnell nach oben. Noch so'n Ding. Ah, ich bin kurz um. Äh. Tut 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 tut. Einfach nur drinstecken. Schnell. Ey, cool, die Wand schon mal. Ah, ich warte jetzt auf dich. Verbrenn jetzt die Hellbett-Banner. Weil ich die nicht brauche. Ich mag die Zauber. Äh. Die sind einer, glaube ich, einer der stärksten Gegner. Äh. Irgendwie schon. Also vom Schauen her. Ja. Warte, ich guck mir erst mal das Ding auf. Hab zwar noch welche, aber... So, und die. So. Äh, Sachen hatte ich rechts in der Licht. 2 Tonnen, ein Stück. Hatte grad nur 1 Ton. Geht nicht. Okay, kann ich hier drin schmeißen, ne? Hier unten liegen deine Sachen. Mit dem Fork. Ah, wow, ihr neudert mich hier rinnen, ihr scheiß Pläne Mäuse. Jedes so ein Ding hat eine Voodoo-Pud-Bud, wa? Nee, nicht jedes.